Servus, grüß euch und hässlichstens! Willkommen zur dritten Episode von Das Medienformat! Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis diese Folge endlich wahr geworden ist, es hat mit Sommer, Sommerloch, Sommerurlaub und so weiter zu tun, aber ich glaube, ich bin noch im Gesamtrahmen, weil ich habe immer gesagt, ich schaue, dass ich so eine Folge pro Monat veröffentlich herum und ich denke, da bin ich noch ganz knapp im Schema, so zwischen drei und fünf Wochen. Ich glaube, das ist der Zeitbereich, wo sich das Ganze einpendeln wird. Ja, aber gar nicht so viel schwafeln, gehen wir diesmal gleich direkt ins Eingemachte und diesmal versuche ich auch kürzer zu sein, weil letztens, also Medienformat Nummer 2, hat ja vor 35 Minuten gedauert und ich habe da schon von allen Seiten das Feedback gekriegt. Humaldo, bist du das, wahnsinnig knusprige Beute! Das ist viel zu lang, ab 20 Minuten steige ich aus, das ist zu viel, blablabla. Und das versuche ich heute, mir zu Herzen zu nehmen und ich schaue einmal, dass es kürzer wird, aber fragen wir jetzt gleich einmal den Zukunfts-Humaldo, wie lange diese Folge eigentlich dauern wird. Diese Folge dauert exakt 29, 21 Minuten 24 Sekunden. Ja, danke Herr! Zukunfts-Humaldo! Gut, dann schauen wir gleich mal in den Games-Bereich. Wer sich in der österreichischen Gaming-Szene herumtreibt, dem wird der Nick Keil-Fremde sein, der andere Nick Galustians ist sein Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und der ist Videospiele-Sammler seit über 25 Jahren und hat eine der größten österreichischen Spielesammlungen. Überhaupt über 50.000 Spiele hat er gesammelt und es erstreckt sich eigentlich alles. Beginnend vom Jahr 1972 bis zur aktuellen Generation erstreckt sich ein ganzes Sortiment und er hat einen großen Schwerpunkt auf Arcade-Platinen. Das heißt, er hat 500 Arcade-Platinen im Besitz, also wer das nicht kennt, das sind quasi so die Eingeweide der guten alten Arcade-Maschinen. Also es ist höchst, höchst, höchst überfällig, dass sich der Mensch in der breiteren Öffentlichkeit zeigt, weil der ist ein Lexikon. Der Typ ist ein wandelndes Lexikon. Ich habe die Ehre gehabt, dass ich ihm schon ein paar Mal begegnet bin, mit ihm gequatscht habe und immer wieder ein bisschen Schriftverkehr mache und er hat wirklich sämtliche Infos der gesamten Videospiel-History auf Abruf in seinem Kopf drin, Jahreszahlen, Daten, wirklich jeglichen Details. Das ist ein Experte und ich habe es bis jetzt sehr schade gefunden, dass der nicht irgendwie in der Öffentlichkeit YouTube-Kanäle macht und jetzt ist es soweit. Er hat endlich einen Kanal geöffnet und der heißt Andranik Obscura. Da ist vor kurzem sein erstes Video online gegangen, da geht es um Dragons Lair. Ich habe das Video unten verlinkt natürlich und auch seinen Kanal und ein weiteres Video, wo zum Beispiel der Chat Lonestar, der in meinem letzten Video seinen Einspieler geschickt hat, ein weiterer österreichischer YouTuber, der hat ihn da im November 2016 einmal bei ihm zuhause in seiner Sammlung besucht. Das ist wahrscheinlich immer ganz up-to-date, aber da kann man gerne in das Video reinschauen, das habe ich auch unten verlinkt. Auf jeden Fall schaut es vorbei beim Nick, der braucht wirklich noch genug Abonnenten und rührt die Werbeltrommel, weil die Werbel, die Werbel, trommeln, weil alles, was mir auf dem Kanal da fehlt, also Fachwissen und Expertise, das findet ihr beim Nick und ich bin wirklich, wirklich froh, dass er jetzt endlich den Kanal hat, weil das ist wirklich eine riesengroße Bereicherung für die österreichische Gaming- und YouTube-Szene. Dann geht es gleich weiter munter zu einer zweiten Empfehlung, der Herr Gilbert Hangl, das ist ein Stamm-Kommentator unter meinen Videos, also der ist schon lange bei mir dabei, also der macht immer, der ist fast bei jedem Video mit einem Kommentar dabei und beteiligt sich da. Es ist ein sehr dankbares Community-Mitglied und ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar sehe. Der hat aber selbst auch einen YouTube-Kanal, nämlich Professor Plays und da macht er Let's Plays und sein Steckenpferd sind Rollenspiele, also RPGs, Role-Playing-Games und da hat er mir einen kleinen Einspieler gebastelt, wo er so ein bisschen Überblick über alles gibt und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Danke Humaldo, mein Name ist Professor Plays und ich werde euch jetzt erzählen, warum wir in der besten Zeit zum RPG-Spiel überhaupt leben. Spielt ihr auch gerne noch nicht fertig programmierte Rust-Shops voller Bugs? Dann sind RPGs euer Genre. Von den Anfängen als Dungeons & Dragonsports bis hin zu City Project Switcher 3. Computer RPGs sind eines der Urgenres unter den Videospielen. Auf meinem YouTube-Channel habe ich schon so manchen Streifzug durch RPGs unternommen, wie hier die Westland 3 Beta, die kürzlich rausgekommen ist, dazu später noch ein bisschen mehr. Oder hier Fallout 1, gerade erst fertig gespielt, nicht alle NPCs haben überlebt. Oder hier das Schwarze Auge 3 Schatten über Riva, ein Klassiker der deutschen RPGs aus den 90ern. Wenn auch etwas Eigenwillen. Als Genre wurden RPGs auch schon auf tot gesagt, zum Beispiel bevor und auch direkt nach den Infinity-Engine-Spielen, wie man sie hier sieht als Beispiel von Planescape Torment. Wobei das dann auch ein paar Jahre später wiederbelebt wurde, auch formmäßig hier sehen wir zum Beispiel Pillars of Eternity 2, auch erst relativ rezent erschienen, dass das wieder aufgegriffen hat. Ob sie jetzt gerade in sind oder nicht, ihre Spielmechaniken haben sich auch in viele andere Genres verbreitet. XP, Hitpoints, Equipments, NPCs, Loot, das sind alles Kernmechanismen von vielen Genres. Zum Beispiel hier in dem Metroidvania, Bloodstained, Ritual of the Night. Das würde die meisten halt nicht wirklich als RPG bezeichnen. Auch abgesehen davon, dass es Plattform-Mechaniken hat, können wir die meisten Mechaniken auch eindeutig in RPGs verwalten. Meine persönlichen Lieblinge bleiben aber immer noch die isometrischen, stoppbaren oder rundenbasierten Team-RPGs, wie hier Planescape Torment aus dem Jahre 1999. Das ist überhaupt mein Lieblings-RPG. Extrem klasse Story. Aber auch in der letzten Zeit gab es viele Kandidaten. Hier sehen wir zum Beispiel der Outer Worlds, das versucht hat sich mehr am Fallout 3-Stil zu bedienen, sehr ambitioniert war, aber dann leider daran gescheitert ist, dass es nicht so groß maßstäblich aufgezogen war und einfach die Scope in der Spielwelt nicht hinbekommen hat. Mehr Hoffnung setze ich aber in drei Spiele aus der 2021-Periode, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Das erste ist Wasteland 3, ein Kickstarter-finanziertes RPG, das postapokalyptisch unterwegs ist, diesmal in Colorado im Permafrost und mit den Desert-Rangern für Gerechtigkeit sorgen. Ich habe es aber nicht weniger lieb als meinen nächsten Kandidaten, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, der Nachfolger des Kult-RPGs von vor vielen, vielen Jahren, das damals auch ziemlich verpackt war. Hier tauchen wir ein in die World of Darkness, ein altes Rollenspiel-Setting, in dem wir die Rolle eines Vampirs übernehmen und damit das nächtliche Seattle erforschen. Inbegriffe sind coole Vampir-Fähigkeiten, grausliche Gegner, hoffentlich auch ein spannender Plot und hoffentlich auch genug RPG und nicht nur Rumgehüpfe, sonst muss ich mich dann wieder ärgern. Als drittes Spiel natürlich wenig überraschend, Cyberpunk 2077, das ist ein großes Nachfolgeprojekt zu Witcher 3 von City Project Red, bei dem wir in einer dystopischen Zukunft, voll verzeibert und begleitet von Keanu Reeves Abenteuer erleben werden. Da freue ich mich schon ungemein drauf und bin nicht der einzige. Bis das rauskommt, gibt es aber auch auf meinem YouTube-Channel Professor Blaze dystopische Abenteuer und zwar mit Fallout 2, das ich mit dem Restoration Project Mod spielen werde, das Bugs beseitigt und verlorenen Content wieder herstellt. Also schaltet mal zu, wenn euch das interessiert. Damit sage ich danke Humalda für die Möglichkeit, mich hier zu präsentieren und noch eine schöne Episode. Dankeschön an den Gilbert für den Einspieler und ihr findet unten wieder den Link zu seinem Kanal Professor Blaze. Und ich habe ja selber ein bisschen was gespielt. Leider nicht genug, weil, wie das so ist, im Sommer hat man oft Besseres zu tun, als drinnen vor dem Fernseher und vor der Konsole oder vor dem PC zu sitzen. Aber eins ist ausgegangen und eins bin ich sehr, 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 sehr froh und sehr stolz darauf, dass ich über das heute reden kann. Das ist der Spongebob. Boah, weil, also um die Geschichte ein bisschen zu erzählen. Das da ist ein Spongebob Schwammkopf, Schlacht und Bikini Bottom und das ist ein Playstation 2 Spiel aus dem Jahr 2003. Das ist damals auch noch für die alte Xbox und den Gamecube rausgekommen. Ist eine klassische 3D Jump'n'Run Plattformer. Ich habe es damals nicht gespielt, aber ich habe mir das jetzt wieder besorgt, weil ich habe eine persönliche Verbindung mit dem Spiel inzwischen. Weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich immer in der Videospielbranche gearbeitet, nämlich ich war sechs oder sieben Jahre lang bei Sproying angestellt und wer Sproying nicht kennt, das war einer der längst dienenden österreichischen Spieleentwickler. Von 2001 bis 2017 hat Sproying existiert und ich war von 2011 bis 2017 da auch dabei. Dann leider Ende 2017 ist die Firma geschlossen worden und dann haben sich die Wege getrennt, aber es hat sich dann eine Nachfolgefirma gegründet, nämlich Purple Lamp Studios und Purple Lamp Studios, wo ganz viele von meinen ehemaligen Arbeitskollegen immer noch dabei sind, die haben jetzt ein Remaster für das Spiel rausgebracht, nämlich Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated und das ist auf so gut wie allen Plattformen, auf allen modernen Plattformen erschienen kann man quasi überall spielen. Das ist eine Neuauflage, komplett von Grund auf neu gebastelt, neu gebaut und ziemlich erweitert. Also ich habe es direkt verglichen jetzt und ich blende da jetzt immer wieder direkte Vergleiche zwischen der alten und der neuen Version ein und ich komme mit der alten Version mit der Steuerung überhaupt nicht zurecht, weil auf der Playstation 2 hat man die Steuerung nicht invertieren können und es ist einfach eine Katastrophe. Ich habe mich wirklich gequält, das spiele ich jetzt noch zum Spielen, aber zum Glück kann man das bei der Neuauflage alles super toll einstellen und sie haben wirklich einiges enhanced. Das heißt, ich habe jetzt schon gemerkt in der Anfangssequenz, soweit ich bis jetzt gespielt habe, die neue Version lässt sich wirklich super spielen, die Kamera bewegt sich toll und es fühlt sich alles ein bisschen runder an und ist für mir auf jeden Fall eine große Empfehlung, wenn man was anfangen kann mit diesen klassischen 3D Jump'n'Runs in der Tradition von Mario 64 und wahrscheinlich muss man auch an Banjo und Kazooie denken. Wenn das gefällt, kann man sich das auf jeden Fall anschauen, die Neuauflage natürlich. Kostet überall so ungefähr 30 Euro und ich denke, das ist es schon wert. Und da muss ich euch nur eine kleine Anekdote erzählen, euch ist vielleicht schon dieses T-Shirt aufgefallen. Das hat mir damals bei Sprang einen Arbeitskollege gebastelt, also im Auftrag von dem Team, wo ich damals gearbeitet habe, weil ich war immer so der Firmenfotograf, ich habe auf Firmen-Events und bei Projekten immer fotografiert und habe die Fotos da zur Verfügung gestellt und das war bei einer großen Firmenfeuer, war das eines für die Dankeschöns, was ich gekriegt habe und das habe ich mir sehr hoch in Ehren gehalten, das T-Shirt und immer bei Firmen-Events angezogen. Bei der Übersiedelung letztes Jahr habe ich es irgendwo verloren gehabt und habe es nicht mehr gefunden und letzte Woche habe ich es wieder entdeckt und habe es heute glaube ich zum ersten Mal verlaufen. Der Kamerand möchte mich da noch einmal bedanken beim Stefan, der jetzt übrigens bei Rapcat arbeitet als Digital Artist und Rapcat ist eine sehr bekannte, berühmte österreichische Grafik-Zuliefererfirma, wenn man das so sagen kann und die machen Grafik-Assets für alle möglichen weltbekannten großen Spiele und einen großen Gruß nochmal an den Stefan und an alle anderen, die mich von Thomas noch kennen und die Ex-Arbeitskollegen von mir, die ich in die Credits gesehen habe von der Neuauflage. Das ist ganz witzig, wenn ich in die Credits reinschaue, in ein Spiel und dann sehe ich jeder zweite, jeder dritte Name, da ist ein Ex-Arbeitskollege von mir. Das ist dann schon ein sehr, sehr cooles, sehr cooles Feeling. Game-Teil ist abgeschlossen, kommen wir zum Medienteil und der ist diesmal relativ klassisch. Wie ihr schon seht, so wie ich da hinten Bücher stehe und das heißt, Bücher sind ja auch Unterhaltungsmedien und das ist heute so mein Schwerpunkt. Aber bevor wir zu den Büchern kommen, muss ich noch schnell etwas dazu sagen über Dark, die dritte Staffel. Ich habe sie jetzt endlich zu Ende gesehen und ich glaube, diesmal muss ich zum ersten Mal eine Spoiler-Warnung anbringen und der Zukunft Schumaldo sagt euch jetzt gleich, wenn ihr dann wieder einsteigen könnt, wenn ihr nicht gespoilt werden würdet und ihr seht das unten. Ich habe da in der YouTube-Zeit-Leiste 60, also ein Segment, wo der Spoiler dann vorbei ist. Der Dark-Spoiler ist vorbei bei genau 16 Minuten. Tja, was soll ich großartig sagen zu Dark Staffel 3? Staffel 1 hat mich damals wirklich extrem getaugt, das war dann so richtig mysteriös. Staffel 2 war dann eigentlich auch cool, weil es wirklich ganz viel, ganz viele Fässer aufgemacht hat und teilweise schon ein bisschen das Big Picture klar geworden ist, um was es geht, was die Hintergründe sind und so. Und der Schluss von Staffel 2, also wo auf einmal in die letzten zwei Minuten quasi auch noch Parallelwelten eingeführt worden sind, war dann wirklich so ein Oh mein Gott, das kommt jetzt aber wirklich ganz schön schief, gell? Und das hat sich damals am Ende von der zweiten Staffel auch ziemlich noch an den Haaren herbeigezogen. Jetzt müssen wir Parallelwelten auch noch einbauen, weil wir ja wirklich alles verwenden wollen, was irgendwie cool ist. Dann war ein Jahr lang Pause, wo wir geartet haben und dann ist Staffel 3 gekommen. Ja, Staffel 3 war eigentlich ganz cool von dem Paralleluniversumsgedanken her, aber irgendwie war das Ganze dann insgesamt zu konstruiert und zu schwerfällig. Mir ist es vorgekommen, als hätte die dritte Staffel die ganze Zeit nur mehr vorgehabt, diese Entwirrungen zu lösen. Es war schon fast wie Staffel 1 und 2 geben da ein Haufen mathematische Aufgaben und in Staffel 3 werden diese Aufgaben dann gelöst. Ich bin mir echt schon vorgekommen, als müsse ich die jetzt schon langsam an mir einen Bleistift und ein Papier hernehmen und irgendwie zum Formeln durchrechnen anfangen und zum Auskreizen alles. Das war alles schon ein bisschen zu verkopft alles und teilweise wirklich so schwerfällig. Und hat mir dann im Endeffekt ein bisschen die ganze Lust an der Serie verdorben, weil manchmal ist es glaube ich ganz gut, wann nicht alles bis ins letzte Teil auch aufgedröselt wird. Und ich habe am Anfang der dritten Staffel noch vorgehabt, dass ich mir dann zum Schluss wirklich genau anschaue, im Internet recherchiere, wie jetzt die ganzen Zusammenhänge waren und das wirklich komplett irgendwie alles für mich selbst auch aufdröselt. Aber wie ich dann fertig war mit der dritten Staffel habe ich mir gedacht, irgendwie interessiert es mich jetzt gar nicht mehr. Jetzt bin ich froh, dass es aufgelöst ist, dass es vorbei ist und die Sache ist abgeschlossen. Insgesamt immer noch eine geile Sendung natürlich muss man sich fast anschauen, nur leider ist dann halt die letzte Staffel dann ein bisschen zart. Okay, vorbei mit den Serien. Jetzt kommen wir schon zum Ausgedruckten sozusagen. Ich habe was gelesen, nämlich ein Buch vom... Bühnenstück von Friedrich Dürrenmatt, nämlich die Physiker und jeder der von euch ein bisschen gebildet ist, kennt das wahrscheinlich, weil das muss man an der Schule lesen, das ist wahrscheinlich eines von den Pflichtbüchern, die man lest und wie die meisten Sachen, die man in der Schule lesen muss, ist man dann noch ein bisschen erneut und sagt, so ein Scheiß, das alles klumpert, aber nicht so. Dieses Buch, die Physiker, ist ziemlich, ziemlich lässig. Es ist rausgekommen im Jahr 1962, also es ist auch schon wieder einige Jahre alt, hat nur 90 Seiten, das heißt, das hat man relativ schnell durch, das hat man, ja, auch abend ist durchgelesen und das Ganze ist als Bühnenstück gehalten, das heißt, es ist in Dialogen verfasst, Dialogen und Szenenbeschreibungen. Ja, um was geht es in dem Buch? Es geht darum, dass in einem Irrenhaus sind drei Irreninsassen drinnen, das ist selbst für den Albert Einstein, für den Isaac Newton und ein Dritter, der sagt, er ist der Möbius und die sitzen in der Irrenanstalt und reden über Wissenschaft und die ganzen Hintergründe davon ist, dass der Möbius hat einen technischen Fortschritt gemacht, der hat wahrscheinlich, also es wird nie explizit gesagt, aber es geht um die Atombombe und er ist dann draufgekommen, dass er dieses Wissen, diese Atombombe kann er nie veröffentlichen, weil wenn dieses Wissen an die Öffentlichkeit kommt, dann ist quasi die ganze Welt in Gefahr und deswegen hat sich er es selbst in die Irrenanstalt einliefern lassen und gibt vor, verrückt zu sein, damit er die Welt vor der Katastrophe, vor der Atombombe beschützt und mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten, das ist als Prämisse schon mal eh schon sehr interessant. Sagen wir so, das ganze Buch ist zum Schluss dann ziemlich, ziemlich, ziemlich aufwühlend, wenn man es dann geschafft hat. Auf jeden Fall lasst es euch nicht von den Erinnerungen an die Schule abschrecken. Die Physiker ist auch heute, vor allem wahrscheinlich gerade heute in unserer technologisierten Welt, eine extrem wichtige Erzählung, die man sich auf jeden Fall wieder einmal auffrischen sollte. Ähnlich geht es gleich weiter. Einen weiteren Klassiker habe ich nachgeholt. 1984 ist wahrscheinlich jeden ein Begriff von George Orwell, diesen Schauspieler schon gleich gesagt, diesen Schriftsteller kennt man natürlich auch von der Animal Farm, ist wahrscheinlich auch meistens in der Schule schon durchgenommen worden, aber für alle, die es vergessen haben oder sich nicht mehr genau erinnern können, unbedingt lesen. Das ist eines der geilsten, im negativen Sinn, geilsten Bücher, die es überhaupt gibt. Das Ding ist 71 Jahre alt, also das ist rausgekommen 1949 und es ist unglaublich, wie zeitgemäß das Buch immer noch ist. Wenn man es liest, also man hat nicht abschrecken lassen, obwohl es so alt ist, kommt es nur an ganz wenigen Stellen, kommt es außer, dass es schon so alt ist. Das heißt, es konnte wirklich erst vor kurzem geschrieben worden sein. Ich glaube, das Einzige, was nicht mehr ganz zeitgemäß wirkt, sind, ich glaube, die Teleschirme, also heute würde man dazu sagen, Alexa oder Smartphone. Auf jeden Fall in dem Buch, es geht darum, damals war alles geschrieben, da war gerade der zweite Weltkrieg vorbei und es war natürlich alles im Umbruch und das Buch ist eine Zukunftsvision, eine dystopische, eine dystopische Zukunftsvision, wie etwas passieren könnte, wann der komplette Sozialismus außer Rand und Band gerät und alles sich hin zu einer totalitären Überwachungsgesellschaft entwickelt. Das Buch hat übrigens auch den Begriff Big Brother geprägt, der inzwischen spätestens durch diese Fernsehsendung, was man kennt, wo sich Leute in Container einspüren, inzwischen schon ein bisschen verwässert worden ist, aber wenn man das Buch wieder liest, dann hat man wieder mehr Respekt vor dem Begriff Big Brother. Also eine unbedingte Empfehlung für mich, lasst euch nicht abschrecken, dass das Ding 70 Jahre alt ist, es lässt sich wirklich, wirklich extrem aktuell. Dann habe ich ein bisschen weiter herumgekramt in meiner To-Do-Liste an Büchern, was ich noch zum Lesen habe und da habe ich mir auch mal dieses Buch gekauft, das heißt, ich bin hier vom Hannes Ley, da habe ich damals auf Ö1 einen Bericht darüber gehört und das habe ich interessant gefunden und habe mir dann dieses Buch gekauft, damals schon, das ist herausgekommen 2018, also vor über zwei Jahren und ich bin bisher nicht zum Lesen gekommen und jetzt habe ich mir gedacht, so, wenn ich schon physikalisches, ausgedrucktes, hölzernes, totes Baumbuch lesen bin, lesen wir das mal durch, vor allem, weil es thematisch gerade wieder ganz gut passt, so mit Hass im Netz und so weiter. Da geht es darum, dieser Hannes Ley hat eine Facebook-Gruppe gegründet, damals, die gibt es heute noch, die heißt, ich bin hier mit Hashtag und der hat auch diesen Hashtag eingeführt und der Hintergrund war, er war damals nicht zufrieden, dass diese ganzen Falschinformationen, Hass im Netz, Fake News, damals hat es noch nicht Fake News geheißen oder doch, 2018 okay, 2018 war der Trump schon an der Macht, das heißt Fake News hat es schon gegeben, er wollte da Aktion setzen, quasi, wie man ein bisschen dagegen wirken kann. Das heißt, er wollte nicht hinnehmen, dass man die Idioten, Trolle und Fake News und Verschwörungstheoretiker im Internet einfach so hinnimmt und sie ignoriert, sondern er hat diese Gruppe gegründet und das ist so ein bisschen eine Aktionismusgruppe, wo quasi die Mitglieder unter diesem Hashtag, ich bin hier unter Newsartikel posten, falls irgendwas aus dem Ruder läuft, das heißt, die suchen immer noch tagesaktuellen Artikel auf den großen deutschen Newswebseiten und wollen dann wieder zum Schimpfen und zum Haten und zum Fake News und zum Verleumden und das ganze Grausliche, was im Internet ebenso passiert. Wenn da was passiert, dann versuchen die das wirklich mit sachlicher Moderation mehr oder weniger einzuschränken, die Fakten zu präsentieren und das Ganze wieder in ruhigere Bahnen zu lenken, weil das Problem im Internet ist ja, dass die etwas laut schreien und wütend herum Späiben in der Gegend, dass die meistens die sogenannte laute Minderheit sind und alle anderen, die Vernünftigen, die ziehen sich meistens zurück und lassen die da machen und das schafft natürlich ein komplett verzerrtes Bild von der Realität. Wenn 10% schreien und 90% nichts sagen, wirkt es so, als wären die 10% wirklich alle und das so ist es aber doch nicht. Auf jeden Fall, er schreibt, der Hannes Lee in deinem Buch drin, schildert auch, wie es durch die Gruppe gekommen ist, was sie für Aktionen gesetzt haben und er geht auch ganz interessant auf die Geschichte der Fake News ein und so, also das ist jetzt nicht nur ein Bericht über diese, es ist nicht nur Eigenwerbung über diese Aktion, sondern es ist auch ganz interessant, was es so über Verschwörungstheorien und die Dynamiken hinter diesen ganzen Sachen oder diese leidlichen Sachen im Internet zu wissen gibt. Ich habe dann unten noch ein paar Links verlinkt, die sind da drinnen, Links verlinkt, ja, die sind da drinnen auch angeführt, hinten so verschiedenste Fact-Checking-Seiten. Das heißt, wenn man selbst einmal über irgendwas dubioses drüber stößt im Internet, gibt es dann immer wieder Seiten, die eigentlich wirklich versuchen, diese Fake News sofort zu sammeln und faktenbasiert aufzuklären. Das heißt, man muss nicht alles glauben, was man im Internet lest, weil es gibt schon genug Möglichkeiten, dass man sich da in die andere Richtung informiert und aufklären lässt. Die Ich-Bin-Hier-Facebook-Gruppe hat inzwischen schon 44.700 Mitglieder, also das sind wirklich aktive Mitglieder, die da wirklich versuchen, das Internet ein bisschen faktischer zu machen. Seit Dezember 2016 ist die Gruppe aktiv und bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass es jetzt seit einem halben Jahr schon eine Gegengruppe gibt, die heißt Wir sind hier. Und die fühlen sich von Ich-Bin-Hier-Bevormundet und Links-Linke-Gutmenschen und so weiter. Die haben zurzeit 1.900 Mitglieder und machen quasi genau das Gleiche, nur halt ein bisschen anders gefärbt. Obwohl natürlich Ich-Bin-Hier schon gesagt haben, sie haben keine politische Orientierung, sondern sie wollen einfach wirklich nur schauen, dass Fakten nicht vertraut werden, dass alles verhältnismäßig richtig bleibt. Man kennt das ja. Das ist ja das Problem, warum ich inzwischen so gut wie weg bin von Facebook. Weil ich kunde das nicht aus höchstem Respekt an der Aktion, weil ich habe einfach die Nerven nicht, dass ich mit der Durchkämpf. Ich habe kapituliert, Fake News, Internet, Facebook vermeide ich eher, weil es mich einfach nervlich zermürbt. Eins habe ich noch und ich glaube, so kurz wird das Video gar nicht, nämlich, ich habe ein Hörbuch gehört, nämlich, ich habe mir das 13-stündige Hörbuch, wie Elon Musk die Welt verändert, angehört. Das ist die offizielle Biografie von Ashley Wentz, die ist 2015 rausgekommen, war wirklich sehr interessant, weil ich habe von Elon Musk bisher schon gewusst, dass es ihn gibt, also der Tesla, Starlink, SpaceX-Gründer und der Real-Life-Iron-Man sozusagen. Die Biografie ist ziemlich gut gemacht, ist die einzig bisher offizielle Biografie, wo er wirklich, also der Elon Musk selbst auch ganz stark mitgearbeitet hat, im Sinne von, er hat seine Daten freigegeben für diese Biografie. Sie bemüht sich, zwar kritisch zu sein, aber im Endeffekt ist sie doch ein bisschen zu gut gewillt, also zum Schluss lässt sie sich schon ein bisschen wie ein Werbeprospekt. Es hält sich aber in Grenzen und man kriegt wirklich einen Einblick in das Leben von Elon Musk. Er wird auch kritisch beäugt, das heißt, er ist wirklich kein einfacher Mensch, was man so mitkriegt. Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Hörbuch oder Buch, je nachdem. Leider hört es schon 2015 auf, das heißt, diese ganze Starlink-Geschichte, also diese Satelliten-Dinger sind noch nicht dabei, die da die Elon Musk macht. Also 100 Millionen Satelliten im Orbit verstreuen, um Internet über die ganze Welt zu bringen und natürlich Neurolink ist auch noch nicht dabei. Natürlich, also Gedankenlesegeräte, was auch immer, aber trotzdem eine große Empfehlung. So und jetzt dauert es ja schon wieder alles viel zu lang, deswegen komme ich auch schon zum Endspurt. Shoutouts und Gastbeiträge gibt es diesmal keinen, ich habe ja schon am Anfang das vom Gilbert eingeblendet, aber so richtig so, wo jemand sein Lieblingsmedium der letzten Zeit vorstellt, habe ich jetzt ganz gefunden und das benutze ich gleich mal als Aufforderung. Ihr da draußen könnt ihr mir das einschicken, das heißt, an dieser Stelle kommt dann euch ein Beitrag, wo ihr über irgendeine Videospiel, eine Serie, ein Film, ein Buch, ein Podcast, was auch immer, redet. Ich habe sie in der Vergangenheit schon gesehen, der Jett Lonstar und die Peak Roofs waren schon dabei und ich habe eine Seite erstellt, nämlich unter humaldo.tv-Gastbeitrag, auch alles unten verlinkt. Da findet ihr ja nochmal alle Infos, was es braucht, um mir so einen Beitrag zu schicken. Das würde mich sehr freuen, ich muss euch da ein bisschen anspornen. Ich habe schon ein paar Zusagen bekommen, aber bis jetzt noch keine Beiträge. Ich weiß, es ist immer ein bisschen lästig, so Fremdbeiträge zu schneiden, aber wie gesagt, wir haben ja alle was davon, ihr kennt euch, euren Kanal und was auch immer, präsentieren bei mir in meinem Format und ich habe ein bisschen Content für mein Videoformat. So, zum Schluss gibt es noch den Kommentar der Folge und das war auch der Flo von Flo's Metal World, ein Metal-Youtuber sogar, bei dem war ich eigentlich zu Gast auf einem anderen Kanal, auf humaldo.rogt, gibt es da auch ein Video und der hat gemerkt, zu meiner letzten Folge, das Medienformat saukool. Mich sieht das Format voll, Übersetzung für nicht-österreichische Zuschauer heißt wahrscheinlich, es gefällt mir. Das Gaming überspringt ja immer, Flo ist kein Gamer, aber sonst so geil und ja, ich soll ihn bei Dark am Laufenden halten, vielleicht fängt er es auch an. Falls du den Spoiler übersprungen hast, du kannst es ruhig anfangen, es ist eine geile Serie, die zum Schluss vielleicht ein bisschen nachlässt, aber trotzdem insgesamt empfehlenswert ist. So, gut, dann hätten wir es endlich wieder zum Ende geschafft und dann bedanke ich mich wieder einmal hässlichst bei euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mich unterstützt, indem ihr meine Videos schaut. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, das hätte mir extrem gefallen. Das 60-Show, ich bin zurzeit auf 235 Abonnenten. Wäre geil, wenn ich bis Ende des Jahres 500 schaffe. Ich glaube das... 500. Ach, okay. Man soll sich ja Ziele setzen, aber man soll sich jetzt nicht zu hoch anstecken. 500 wäre geil, aber ich glaube ich bin schon froh, wenn ich bis Ende des Jahres bei 300 bin. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, ich habe euch etwas näher bringen können und euch hat das Ganze unterhalten. Und man sieht sich demnächst wieder irgendwo im Internet, weil man ist ja nicht blind. Und dann? Pidai... Untertitelung des ZDF, 2020